ich fahre bis h7 und dann hochrichtung okay das klappt meistens orientierung falsche richtung ganz schnell weg hier oh kacke kacke ich bin falsch rum gefahren oh oh Und da geht das Gemetzel in der Fotoskasse schon los. Und da geht das Gemetzel. 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 Das war gerade nichts von mir gefahren. Das war gerade nichts von mir gefahren. Das war gerade nichts von mir gefahren. Und da geht das Gemetzel. 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 Scheiße, ich hatte einen One-on-Riner. Ich habe es auf meinem Sitz jetzt. Scheiße. Ich habe einen 1.7. Er Baby ist eine eine 1.9. Das ist also eine 1.6. Ich habe das 1.9. Ich habe dann einen 1.9. Irgendwas beschießt mich. Nein, das ist der Russe, der mich beschießt. Ja, der hat mich beschossen. Oh, ich flieg einen Scheiß zusammen, leck die Welt am Arsch. Ich bin noch mal kurz zur Lüte. Okay. Ich bin noch kurz zur Lüte. Das ist eine wundervolle, fliegende Dominik. Der beweist, dass man auch mit Maus und Tastatur fliegen kann. Nano-Captain, einen wunderschönen Laden wünsche ich dir. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Come on. Das ist eine wunderschöne. Das ist eine wunderschöne. Nein. Ah, ich denke gerade die ganze Zeit, warum schießt sie denn nicht mehr? Baby Pirate Maus und kein Talent und Nano-Captain, wie geht's euch? Seid ihr gut durch die Woche gekommen? Okay, was? Der ist gecrashed. Ja, ich hab's gesehen. Aber warum? Was hat der... Ich verstehe eigentlich nicht, warum ich nicht die Kill bekommen hab, weil ich hab ihn schon getroffen. nicht so ein bisschen. Okay. Aber Toast Toast. Fuck it. Ich glaub, wenn ich das Cockpit offen gemacht hatte, hatte ich sein Tail. Ja. Du hast nächste Woche Sturmfreiheit, du lässt Helrik alleine los nach Sibirien. Es geht auch nach seinem Petersburg, oder? Also nicht Sibirien, aber es geht auch nach seinem Petersburg, wenn ich es richtig gehört hab. Schießt das wirklich? Die Panzer haben in die Luft geschossen, ich weiß jetzt aber nicht, auf was sie gezielt haben. In Skullag? Ach du, Yvonne. Ist es von World of Warships, oder ist es Privatreise? Äh, du wirst von Freunden beschossen. Schöne Bergwerke. Hast du noch was? Jupp. Ich geh nur eben kurz, ähm, hallo sagen, zum Kanz. Okay, dann guck ich mal nicht hin. Ah, scheiße. Von Wargaming, und darfst du nicht mit? Also es war von mir eine bescheidene Runde. Es geht, um dauerkaufere, die wir nicht nur noch nacht. Das war der equivalente över Gute. Ja. 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 Schraren. Osa Führung. Ja, ich gucke sie.